Und da ist die Überschrift, wir haben die Schule geschmissen. Und das waren keine Schülerinnen und Schüler, die die Schule geschmissen haben, sondern das waren Lehrpersonen. Und warum? In dem Artikel steht unter anderem drin, ganz enge Vorgaben. Wir peitschen den Stoff nur noch so durch. Die Heterogenität nimmt zu, wie soll man in der Alm gerecht werden? Wieder ein Respektthema, wie soll ich alle sehen? Und diese Liste von Dingen, womit Leute unzuzufrieden sind, die ist wirklich sehr lang. Und deswegen gibt es sogar Aussteiger-Coaches, die Lehrern dabei helfen, wieder rauszukommen. Ganz ehrlich, was auch in dem Artikel steht, wir brauchen Mutmacht-Coaches, die genau das Gegenteil machen.